Ich muss gehen. Bleib gesund. Das Kampfesglück sei dir heut. Sei gegrüßt. Was bietest du heute an? Einen schönen Tag noch. Hast du einen Vertrag für mich? Es gibt Aufträge zum Töten und Aufträge zum... Hm. Naja, schon vor allem zum Töten. Vergiss nicht, dieser Mensch muss tot sein. Nicht so gut wie tot, vollkommen tot. Denk bei der Arbeit einfach an den Lohn. Das sollte dich motivieren. Ich muss los. Bis bald. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Danke für die gute Arbeit, Avor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidungen? Das tut eigentlich mein Großvater. Aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Ich bin da. 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 Avor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen. Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triumph für deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls. Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Werch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Eine gute Idee. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Vielen Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick bevor du gehst? Für einen kleinen Gefallen? Worum geht es? Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Hier entlang. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Geh vor. Ich folge dir. Die Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Der Boden gut und alle Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnassons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht der Natur und die Natur schlug zurück. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Komm hier lang. Sieh mal, Brotkrum und Essensreste. Sie müssen sich an Torbions Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkrum erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Komm, hier lang. Ah, riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du sein Geschlecht? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja. Meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Sieh mal. Die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Diese Spuren. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel. Kein einzelnes Tier. Ganz genau. Suchen wir weiter. Also fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich... ...einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Werch. Gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur. Diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der fühlte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du! Bring dich in Sicherheit! Ey, Walker, mit! Beenden wir das! Ich steh dir bei! Oh nein! Oh nein! Hey! Oh, 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 oh. Das war's für heute. Das sollten alle gewesen sein. Danke. Ich danke euch. Euch beiden. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt doch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage ein Neuanfang. Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Grundgütiger! Vorne! Rohesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Ach, kommt her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst fast so gut, wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen, dann lese ich Kärten ebenso gut wie du. Oder besser? Es wäre mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Das hat mir gefallen, Petra. Zögere nicht, mich aufzusuchen, wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren, Eivor. Bis bald! Derehtalale! Die Tür ist ein Vergnügen. Ich werde den Griffen. Det ist ein Vergnügen. Das ist das Vergnügen. Ich werde den Griffen. Du sollst. Das ist das Vergnügen. Du sollst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist wirklich gute Arbeit. Danke, dass du das erledigt hast. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei Valkas Hütte scheint etwas vor sich zu gehen. Vielleicht sollte ich mal nachsehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Hey! Das war's für heute. 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 Heute. Das war's für 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 heute. Das ist nicht so schlimm! Los, den Galvan der Hefe! 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 Los, den Galvan der Hefe!